30.000 Euro. Sonst ist alles verloren. Eine Million. Sie werden doch nicht ärmer dadurch, dass Sie es verkaufen. Es ist keineswegs gegen die abredet, Frau von Dorsteyn. Sie haben sich verrechnet, Frau von Dorsteyn. Und der Papa auch. Dann ist mir beliebt, Sie will sich das ganze Hotel dazu einladen. Wie schade, dass das Glas zwischen uns ist. Das kalte Glas. Schön. Schön. Schön bin ich. Schön. Schön. Sag. Untertitelung des ZDF, 2020